Für Herr Krede zuerst meine Frage, was gibt es aus Sicht der Urteilen und der Konvention für die Psychiatrie? Das heißt, was für eine Handlungsmöglichkeiten sehen Sie für die Psychiatrie? Wie können Zwangseinweisungen und Zwangsbehandlungen verhindert werden? Welche Veränderungen sind eigentlich in der Psychiatrie-Alltag notwendig? Und welche Alternativen sehen Sie eigentlich? Welche Stärken haben die Psychiatrie im Zuge dieser Diskussion und was für einen Vorschlag können Sie uns unterbreiten? Bitteschön. Ich will mal anfangen mit einem kurzen Zitat. Beim Deutschen Institut für Menschenrechte in Berlin gibt es die Monitoringstelle zur Behindertenrechtskonvention, die als unabhängige Instanz neben dem Staat und dem Regenmässig einen Jahresbericht zur Umsetzung der Konvention abgibt. Die hat sich am 10.12.2012 geäußert im Rahmen dieser Diskussion um das Gesetz zur Durchführung von Zwangsbehandlung, damals an der Gerichtsurteil, ich nehme an alle, erinnern sich. Und sie hat hier etwas zitiere, ich zitiere, strukturelle menschenrechtliche Defizite im Bereich der psychosozialen Versorgung. Und noch ein zweites Zitat. Es wäre fatal, auf eine menschenrechtlich angreifbare Regelung zu setzen, statt eine erforderliche Fortentwicklung der psychologischen Versorgung zu organisieren. Also, das ist jetzt eine sehr zugespieltste Formulierung, aber es beschreibt das, was ich aus meiner Praxis, ich arbeite ja nicht in einer Klinik, auch wenn wir einen kleinen Tagsindig haben, sondern ich arbeite vor Ort in der Gemeindezugentwicklung. Und ich erlebe jeden Tag, wie alle anderen, die in der Stadt arbeiten, mit unzureichend unseren Möglichkeiten sind, Menschen im schweren psychischen Wissen dort zu helfen. Mit umfassenden, leicht erreichbaren, jederzeit verfügbaren, ganzheitlichen, gut finanzierten Hilfen, die ausgeführt werden von gut qualifizierten Mitarbeitern. Das sagen wir in weiten Stücken nicht. Und darum gibt es ein großes Problem, wenn in unserem Psychothek, was ja, glaube ich, noch zu den besseren Inlanden gehört, es geht, wenn Eigengefährdung oder Treckgefährdung vorliegt aufgrund einer psychischen Erkrankung, eine gegenwärtige Gefahr, und jetzt kommt es, die anders nicht abgewendet werden kann, als durch die Unterbringung, dann sind wir immer in der Gefahr, zynisch zu werden. Ja, nicht, wenn es vor Ort nichts gibt, denn es ist ja nicht anders abwendet, als durch die Unterbringung. Und da fand ich das, was das Deutsche Institut für Menschenrecht an dieser Stelle sagt, in dieser sehr zugeschwitzten Formulierung sehr hilfreich. Die Urteile zur Zwangsbehandlung ziehen, im Rahmen mit überhaupt möglicher Zwangsbehandlung sehr eng, da kommt ich da nochmal drauf zurück, und die Behindertenrechtskonvention fordert, dass niemand in irgendeiner Form in seiner Freiheit stärker eingeschränkt werden soll, aufgrund einer psychischen Behinderung oder irgendeiner Behinderung. Ich sehe das genauso, wie das Institut daraus folgt ganz unsinnbar, in der Verpflichtung für alle staatlichen Stellen, in ganz anderem Maße als bisher, Einrichtungen vor Ort zu machen. Das ist mir einfach schon gesagt worden, auch von der Ministerin, die war sehr dankbar, das zu hören. Wir haben durchaus Ansätze, viele, in Deutschland wie auch international. Wir wissen, dass es hilft, wenn man einen Krisenteenthins hat, der Runde um die Uhr erreichbar ist. Wenn also jeder, der in eine psychische Krise kommen könnte, weiß, wenn er an wen er sich wählen kann. Und dass auch jemand ist, zu dem man am liebsten meistern Vertrauen hat. Wir wissen auch, dass es hilft, wenn so ein Krisenteenthins aufsuchend arbeiten kann und wenn es Krisenbetten gibt. Wir wissen auch, dass es hilft, wenn die Mitarbeiter, die das tun, sich im Verstehen der Krise bieten und nicht nur im Beseitigen der Symptome. Das alles wissen wir. Da fanden wir ja gar nicht so gut. Das heißt, wir können jetzt daran gehen, das umzusetzen. Und wir haben Ansätze, die wir nur ausbauen müssen. Die will ich jetzt gar nicht aufzählen, sonst halte ich hier im Korreferat. Das würde ich ja gar nicht. Also das wäre meine erste Geschichte, inwieweit sich das dann im Text eines anderen Schöchern hier wieder schlägt, das weiß ich nicht genau. Aber es ist eine Verpflichtung des Bundes, des Landes, der Kommunen und aller Freien Träger auch selbst, in dieser Hinsicht tätig zu werden. Das wäre meine erste und wichtigste Antwort. Was können wir tun, um zumindest in einem erheblichen Maße 20 Maßnahmen zu verhindern? Zweitens. Bei der letzten Psychologie-Novelle hat es eine längere Diskussion gegeben, um den Facharztstandard bei der sofortigen Unterbringung. Etwas ausführlicher. § 14 Psychologie-NMB regelt die Möglichkeit, dass jemand auch ohne Gerichtsbeschluss sofort untergebracht werden kann, wenn eine ganz dringende Gefahr abzuwenden ist. Und dazu ist ein fachärztliches Attest erforderlich. Nein, eben nicht. Ein ärztliches Attest erforderlich. Und das wurde in den Beratungen zu dieser Psychologie-Novelle Runde gesucht von Facharztstandard über den Zug in der Psychiatrie erfahrene Arzt. Und da war es auch noch nur eine Soll-Vorschrift. Also ich bin Facharzt. Urguligerweise heute der Einzige, der hier offiziell als Regner aufgerufen ist. Ich frage Sie, wenn für so eine Stärkung der Entscheidungen kein Facharzt erforderlich ist, wofür brauchen wir denn überhaupt psychiatrische Facharzt? Wenn nicht, dann ist das nicht möglich. Also da haben viele, glaube ich, auch kommunale Gerichtskörperschaften gesagt, wir haben aber die Facharztin nicht, das ist wohl richtig. Die gibt es natürlich nicht über, sie sind sogar auf dem Rückzug. Aber das ist ein der Sicherstellungsaufschlag der Kassenärztlichen Vereinigung. Ich will Ihnen nur ganz kurz sagen, auch wenn es Zeitverschwendung ist, wie das in Solingen, da gibt es immerhin ungefähr 20, rund 20 Nerven dazu, die sind teils in meinem Verein tätig, teils niedergelassen, teils in einem Erlebnis aus der Langenfelder psychiatrischen Tätigen. Aber zu mir sind 20 Leute, man sollte denken, mit denen könnte man einen Dienst machen. Wenn man doch aber nicht muss, passiert ganz was anderes. Wir sind seit über 20 Jahren in Solingen. Die Fortbildungsweise der Ärztekammer hat nur ein einziges Mal in über 20 Jahren eine psychiatrische Thematik aufgegriffen, nämlich psychiatrische Sofortmaßnahmen. Referent von jetzt Gräber und seitdem sind alle, die die Datei genommen haben, in der Psychiatrie erfahrene Ärzte und schreiben diesen Attest. Das ist eine Karikatur. Das geht so nicht. Und im Übrigen, das habe ich eben schon angedeutet, umfasst für mich Qualifizierung der Befeiligten. Auch die Situation, dass nicht ein Ordnungsamtsbeamter, der tagsüber ganz was anderes tut, in irgendeiner anderen Behörde sitzt, und die Polizei gegebenenfalls und ein Allgemeinarzt oder auch Arzt, der von Psychiatrie so viel versteht, wie ich von Augenheil kunde, dass die faktisch entscheiden, ob jemand in die Themen muss. Das geht nicht. Da ist dort funktioniert. Im Übrigen glaube ich, auch das Qualifizierung erforderlich ist, aber das würde ich jetzt zu weit führen, damit diejenigen, die mit der Stücke beschäftigt sind, mehr tun können als Maßnahmen ergreifen, Schaden, Abwänden, Symptome beseitigen. Wir wissen aus internationalen und nationalen Vorbildern, dass wir psychotherapeutisches Verstehen um, was ist hier eigentlich los, wie geht es diesen Menschen, was auch der ganz individuell vielfalt ist. Das wissen wir aus dem ambulanten Bereich, zum Beispiel von der bedürflichsanfassenden Behandlung in Finnland oder den Crisis Intervention Teams in England. Das wissen wir im stationären Bereich von Regionen herzusetzen. Man muss die Beteiligten zwingen, das auch zu tun. Und wenn ich mit diesen kleinen Seitenbemerkungen erlauben darf, wenn das Land bereit ist, mehr Krankenhausbetten zuzulassen, das ja auch zu zusätzlichen Kosten führt, wenn auch für die Krankenkassen, dann könnte man stattdessen mehr Geld stecken in die vorhandenen Strukturen und wenn überhaupt etwas Neues aufzubauen ist, dann ambulanten Strukturen. Mein Beispiel, warum haben psychiatrische Krankenhäuser nicht Intensivstationen? Sind wir mit Somatika gut gäbe? Die wären dann sehr personalintensiv. Die gerade abzuschaffende Psychiatrie-Personalverordnung hätte sogar eine Grundlage dafür geboten. Und dann hätte man auch mehr Geld ausgekriegen, aber in einer Weise, die uns weitergeholfen hätte. So, ganz kurze Nebenbemerkung noch. Unabhängige Beschwerdestellen. Das ist auch schon mehrfach angesprochen worden. Es gibt sie aber enthältlich. Es gibt in der Regel nur sogenannte abhängige Beschwerdestellen. Also auch mein Verein hat nur eine interne Beschwerdestellung. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist, die Beschwerdestellen müssen auch dahin gehen, wo die Menschen sind. Wenn in einer Chemie ein Ombudsmann einmal in der Woche drei, fünf Sprechstunden in seinem Büro hätte, dann wäre das überhaupt nicht ausreichend. Denn die Menschen, die ihn brauchen, kennen ja gar nichts zu ihm. Zweite Bemerkung, der eine eigene Diskussion wird. Ich erlebe, ich kenne Patienten, ich habe gerade mit Herrn Greffert darüber gesprochen. Ich habe einen Patienten, der hat ein langjähriges Psychosenproblem. Die Fähigkeit ist ja mindestens einmal in die Klinik, wenn entweder ich das veranlasse oder sein WB-Betreuer oder sein gesetzlicher Betreuer. Die sind alle an dieser Stelle auf der gleichen Seite. Es fehlt derjenige, der auf seiner Seite ist. Und zwar nach seiner subjektiven Wahrnehmung. In der Diskussion der Behindertenrechtskonvention wird da unterschieden zwischen supported decision making und substituted decision making. Auf Deutsch, jemanden bei seiner eigenen Entscheidungsfindung unterstützen oder stellvertretend für ihn entscheiden. Das ist eine lange Diskussion. Aber ich bin immer auch mit der Meinung, man müsste die Betreuer von allen Betreuungsaufgaben und von der ganzen hoheitlichen Seite entfernen. Da wird auch die Betroffenen in Sicherheit darüber kriegen. Dieser ist aus meiner Seite und hilft mir, meinen Willen durchzusetzen. Alles, was ansonsten gesagt wird über Patientenverfügung und über Hintergrundvereinbarungen, ist das eine. Und noch eine Frage, die wir nachgucken. Immer augenblicklich ist ambulante Zwangsbehandlung. Nee, ambulante nicht. Zwangsbehandlung in Normalerkenntnis zugelassen unter der Rechtsfigur, dass damit die Entscheidungsfähigkeit des Betroffenen wiederhergestellt werden soll. Ich will das nicht von vornherein abschleiten, dass das in vielen Fällen möglich ist. Aber wir sind auch eine Weile von Fällen bekannt, wo zumindest diejenigen selber das Thema im Gegenteil verlegen. Wurde eben schon mal erwähnt. Die Praxis, wenn der Richter in die Krieg kommt, steht in die Linie schon unter einer Elektriker und alles, was er am Vortrag noch hätte durchsetzen wollen, ist ihm irgendwie entfallen. Ich glaube, wir müssen in dieser Diskussion, ich kann sie nicht auf einen einfachen Punkt bringen. Ich kenne auch Menschen, denen wahrscheinlich wirklich nicht anders zu helfen ist. Aber ich glaube, es sind viel weniger, als die, die im Moment dieser Praxis unterzogen werden. Und ich würde gerne schließen mit dem, was Professor Mahn gesagt hat. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Gesetzen und auch in der Alltagspraxis so arbeiten, dass das, was eine Ausnahme sein sollte, zur Regel wird. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.